Der Russel ist ein weiteres Werkzeug, was ich euch beschreiben will. Der Russel ist die Erweiterung der Amel. Weil manchmal will man ja was annehmen und da kommt man nicht ran, weil der Weg versperrt ist. Ihr müsst euch einen kleinen Ameisenbär vorstellen, der gerne an einen Termitenhaufen an will. Aber er kann halt seine Zunge da nicht reinstecken, weil da sind weit verzweigte Gänge in diesen Termitenhaufen. Und er konnte einfach nicht ran. Also muss er erstmal seinen Russel reinstecken, damit er die ganzen Gänge aufbrechen kann und dann an die leckeren Termiten rankommt. So, bei der Angel ist es genau das gleiche und damit die Angel an die leckeren Termiten rankommt, wird halt der Russel gebraucht. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist ein Briefumschlag, der einfach etwas fester ist und der aufgeschnitten ist. Das heißt, es können auch zwei Packen sein, wo die Angel dann zwischendurch geführt wird. Ja, so einfach ist es. Und zu allen dachten, Hacking wäre kompliziert. Ja. Ja.